Heldenzeit beschäftigt sich mit kindlicher Entwicklung ab der Vorschulphase und wir versuchen in diesen Kursen auch spezifisch dieses Auftreten zu definieren bzw ihnen in den Bereichen zu helfen. Wir sind keine Freunde von teilweise asiatischen Kampfkunsttechniken, wo Kinder vom Weiß auf ein Gelbgurt eine Prüfung machen und dabei einen Erwachsenenangreifer mit einer Schusswaffe entwaffnen. Das entspricht nicht unserer Philosophie. Meiner Meinung nach ist es so, dass Kinder in diesem Alter, Übergang in die Schulphase, weitaus mehr die Probleme haben, durchsetzen und verteidigen gegen gleichaltrige Mobbing-Situationen, denen sie ausgesetzt sind. Und das sind vorrangige Themen, mit denen wir uns beschäftigen, dass wir sagen, okay, physisches und mentales Durchsetzungsvermögen ist direkt gekoppelt an eine Grundfitness, weil wenn ich fit bin, das hatten wir vorhin schon definiert, fühle ich mich wohler in meinem Körper und bin unterbewusst dann auch etwas selbst, mehr von mir selbst überzeugt und bin auch nicht so schnell Opfer physischer Übergriffe. Somit ist Fitness, eine Fitnesskomponente auf der einen Seite, gepaart mit Selbstbehauptungsstrategien auf der anderen Seite und erst in der letzten Fassung, dass wir sagen, okay, Ansprache durch unbekannte Erwachsene, was machen sie dann, dass sie da eine Strategie verfolgen, die eigentlich ihren Ängsten, sage ich mal, nachgibt. Das heißt, wir wollen nicht, dass Kinder sich gegen Erwachsene stellen und versuchen mit irgendwelchen SV-Techniken Situationen zu lösen, sondern wenn sie Angst haben, wenn sie das Gefühl haben, sie müssten jetzt weglaufen, dann sollten sie diesem Gefühl nachgeben. Die mentale und physische Durchsetzungsfähigkeit erreiche ich dadurch, dass ich Gleichaltrige durch europäische Kampfsporttechniken wie zum Beispiel Grundlage, Beinarbeit, Boxen, ringerische Elemente an Auseinandersetzungen oder limitierte Sparringsformen heranführe, wo sie sich einfach durchsetzen müssen gegen gleichaltrige Partner oder auch Angreifer und gleichzeitig das Erlernen von Achtsamkeit, Vermeidung, ohne dass ich ihnen das Gefühl vermittle, sie müssten jetzt in allen Situationen Angst haben vor Unbekannten. Doch, was mir gefällt, ist, dass die Kinder nicht sehr aggressiv werden, wie bei vielen anderen Selbstverteidigungssportarten, sondern dass sie lernen, sich selber zu verteidigen, wenn es darauf ankommt und trotzdem Spaß dran haben. Mir gefällt an dem Training für meine Kinder, dass sie hier Hilfe zur Selbsthilfe lernen, dass sie sich angemessen verteidigen und nicht hier stupide irgendwelche Techniken lernen, Gürtelprüfungen hinterher eilen, mit denen sie später, wenn sie wirklich angegriffen werden, nichts anfangen können. Aber nicht nur noch nicht nur, sie sich nicht an dieser Stelle schulbrechen, sondern sie etwa eine secondary, eine Kölnende Stärkung der Welt, sondern sie schliegen, wie bei uns wir haben, dass sie wenn sie nicht nachdenken, was sie nicht mehr schlatschen, Vielen Dank.